so lieben ein kleines info video also wie gesagt sie ist wie gesagt aber ja gut was ich mal ganz kurz rausholen wollte die letzten live films war richtig cool mit euch finde ich richtig cool also es wäre ich auf jeden fall mit roxy weiterführen und aber der plan ist jetzt ich denke mal das wird so sein weil ich habe eigentlich gesagt in samstag kann ich nicht kann ich aber im freitag nicht also wie verschoben weil ich mich ein bisschen damit gehört habe aber auf fall kommt im samstag live stream wenn der roxy mit dabei ist also zumindest alleine machen aber ich glaube ich werde dabei sein und wenn ich hier gerade gesehen habe das englische ist das unsere englische englische ist das die steffi ich glaube das ist die steffi habe ich so mal spontan gesehen ich glaube das ist die steffi der jedenfalls eine wollte ich sagen wir machen das weiter mit den leichtgames und weiter zocken und so auf den server und ich wollte nicht so lang halten also wie sagt der von die freitag nicht weil ich habe mich hier ein bisschen gehört ich hatte ja ein letztes live stream sagt halt samstag nicht aber ich habe ein bisschen gehört gut ja so lange will ich das gar nicht halten aber ich hoffe das ist die steffe die ich meine ich denke mal die roxy wird noch auf das video reagieren und sagen wir machen das mit samstag ja aber schon gut ihr lieben also wie es auch die so weiss gehen geht weiter und dieses dörfer geht weiter und dann das war eine kleine Gedeufel